Prozent ein bisschen mit anderen Leuten noch unterwegs ist es ist dann noch mal ein bisschen lustiger Prozent werden gute Kegel Keks Kegs sind es ja klar definitiv im Gegensatz zu mir nein Spaß beiseite Prozent bisschen nur lustiger definitiv so wie bei Treiburg ein cooles LP auch sehr sehr lustig meiner Meinung nach vielleicht wenn ihr da noch nicht oder es noch nicht gesehen habt könnt ihr da ja mal eventuell reingucken äh sehr lustiges Ding genauso wie Wendels Mondays also cooles Adventure sehr lustig sehr sehr lustig sogar meiner Meinung nach äh haben sie echt ein cooles Game mit rausgehauen war sehr interesting so jetzt haben wir hier bis hierhin schon mal ein bisschen was runter äh ne 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 also so eine Doppelplantage Plantage das wird uns definitiv äh joa aber das mit dem Rahmen jetzt hier dass man den nicht sieht ist schon scheiße aber die haben auch was an äh dieser Veränderung gemacht ne also es läuft mit dem Baum so so kommt mir das ein bisschen vor jetzt ein bisschen schon deutlich flüssiger vor mal gucken also ist jetzt meine Meinung nach also es ist ein bisschen flüssiger läuft dass er das jetzt direkt nebenan macht und so ne neben dem Block manchmal oder gab es da schon einige Probleme mit haben wir diese scheiß Götter jetzt gehört unrelevant so wir pflastern wir pflastern Leben haben wir auch noch haben wir auch neues besorgt so meine ich jetzt ich gucke dahin aber dahin macht er nicht weil er dahin eventuell nicht basteln kann könnte auch daran liegen so was okay das ist dann das was das was man dann merkt wenn wenn er das äh übelste Rahmen Symbol nicht mehr zeigt aber ja so ist das manchmal so aber das müsste das müsste uns doch eigentlich schon recht guten Schutz hier bieten hier unten also wird schon hoffentlich nicht gerade einfach für die äh jetzt in der nächsten Welle einfach mal hier runter zu äh Jackson werden wir aber noch sehen also ne keine Panik auf der Titanic ne meine Freude äh ja werden wir noch sehen dann hinner natürlich wie gesagt auch noch ein bisschen tiefer gehen ich möchte ja über uns noch ein bisschen duftiger zusammenbauen das soll jetzt nicht so easy measy werden hier rein zu kommen äh ist noch ein bisschen ausführlicher hier ausbauen so Sand Sand ist auch gut das braucht man nämlich für Zement und das ist dann das nächste also weil wir auch kein Wasser finden ist es dann auch mit dem Sand schwieriger glaube ich ne also Sand schon eher am Wasser am Fluss und so aber hier war jetzt gar nichts dementsprechend das stört mich schon so können wir da jetzt nochmal einen Block drunter basteln so das können wir mal auch schon mal eben so ein bisschen zu basteln äh nö 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 okay so ist gut hier soll ja noch eine Tür hin aha okay wieso kann ich jetzt hier nichts hinbauen egal so machen wir die Steinchen schon mal zu ich werde jetzt hier nachher nicht mehr die unsichtbaren Holzräme haben Holzrahmen haben ach hier ist schon ein Holzrahmen deswegen okay so versteckt ja das weiß davon gehe ich mal aus dass wir versteckt sind davon gehe ich hoffentlich mal ganz streng von aus so gesperrt ist nur Zutritt für uns okay hier ist noch keiner dün 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 Nägel brauchen wir Nägel mache ich jetzt ein paar damit wir ich weiß nicht wie viele Nägel wir ungefähr brauchen für eine Kiste ich mache mal eben so 70 80 Stück dann werden wir bestimmt mindestens hoffentlich äh sieben bis acht Kisten basteln können so was haben wir denn hier noch ja hier haben wir auch Schnellsuche wo können wir denn jetzt was eintippen oder was Schlüpper äh kann ich mal eintippen Stahlbeton so innen ja Stahlgerüst Stahlgerüstrampe Stahlgerüstsäule ja ich gehe mal davon aus dass wir Stahlbeton vielleicht mit einem Stahlrahmen machen müssen hm weiß ich jetzt aber nicht nagelt mich jetzt nicht unbedingt darauf fest Holz haben wir noch im Backpackchen ne so bauen wo ist es Gabel ist es hier irgendwie nochmal neu geordnet oder was äh oder habe ich die noch nicht favorisiert könnte natürlich auch sein dass ich die noch gar nicht favorisiert habe Gesundheitsaufbewahrung Favoritin Holzrahmen was haben wir hier noch wo ist er Nahrungs favorisieren favorisieren schlafsack äh nö 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 wir müssen noch noch mobiler Scheinwerfer okay ja ja so ein Scheinwerfer kann man mitnehmen Zementmischung Werkbank Zementmischer achso Mischer ja ja Mischer 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 macht das dann zwar nicht unterwegs sondern ihr könnt das dort alles reinpacken und das dann denke ich mal in riesigen Massen machen und das dann auch laufen lassen und ihr könnt separat bei euch craften nur ihr kriegt keine Erfahrungspunkte dafür das ist dann schon äh schon enttäuschend auch wenn auch wenn man das dann letzten Endes da auch so ausgewählt hat vielleicht kann das ja auch sein dass es ein Steinplattenblock ist aus dem man äh schön leicht gefertigt werden aber auch nicht weißer adotube Block ja aber das mit dem Stahlblock das werden wir noch rausfinden Munitionsblock brauchen wir 10 Nägel und ja passt so Nahrungsaufbewahrung Waffenaufbewahrung Gesundheitsaufbewahrung das können wir mal fertig machen äh aber es waren noch nicht alle Kisten oder Munition äh nö 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 wo ist denn der Baukasten da gibt es doch auch sowas irgendwie für die ganzen Baumaterialien zum da Gebäudeaufbewahrung so nehmen wir gleich mit gesicherte Holztür machen wir auch so nö 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 weil dann können wir die Sachen schon mal runter bringen das ist nämlich auch wichtig nicht dass sie hier oben voll am reinmarschieren sind und äh hier oben alles definitiv dann kaputt schlagen und dann unsere ganzen Sachen wechseln oder so nicht so utopisch so dann nehmen wir erstmal wieder das erstmal mit hier in unsere kleine unseren kleinen Kabuff joo eigentlich könnte ich das dann hier schon irgendwo hinstellen die Kisten weil ist ja jetzt nicht unbedingt so ich will zwar noch nach unten bauen aber wir schweben sehr hart ein bisschen in der Luft das ist jetzt dementsprechend auch nicht gerade so äh überdramatisch oder was passt schon passt schon würde ich dann sagen so wenn wir die hier irgendwo hinbasteln würden oder ja ich finde das dann schon störend wenn das nicht dann auch noch passend aussieht ne das ist dann für mich schon störend also soll ich mal gucken dass ich mich vielleicht in in einem gewissen Bereich schon mal so weit runter und runter kloppe wo ich sage okay jetzt mach ich über uns noch mal zweimal so zwei dreimal so einen Block der uns beschützen soll vor Eindringlingen aber jetzt so extrem viel tiefer werde ich jetzt nicht gehen Bereich so ach ich hatte mal es gibt ein ich hab da wie gesagt auch schon mit meinem Kollegen einen gewissen Spielstand wo wir dann so separat zocken just for fun mäßig jetzt nicht LP technisch äh äh da ist er auch bis ganz nach unten irgendwie hat er sich da durchgejuckelt schräg nach unten schön bam 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 gebeam bis fast nach ganz unten und ja von der Welle haben wir nichts mitbekommen gar nichts das war glaube ich da die der 28 die 28. Nacht und da haben wir gar nichts mitbekommen also die wussten letzten Endes dann auch nicht wo wir sind also das ist dann separat auch schon mal eigentlich ein guter Schutz ich weiß nicht wie es jetzt mit dem mit diesem Update hier ist vielleicht haben sie ja da auch nochmal ein bisschen was dran rumgeschraubelt dass da vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen mehr Powerwalk unterwegs ist also ein bisschen mehr weißt du Zundstoff aber mal gucken Mayuken also 14. Nacht dauert auch nicht mehr so lange dann geht es eigentlich auch schon wieder ab eigentlich wollte ich auch schon nochmal hoch weil wir müssten jetzt gleich definitiv auch schon mal was essen unser Kollege hat hier einen Bärenhunger ja so da könnten wir nochmal ein zwei Blöcke hinkriegen dann jetzt Zementmischung wollte ich auch noch machen das können wir uns glaube ich so fertig machen da brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh einen Bauplan oder sowas für das können wir uns auch so aneignen dumm dumm jo das ist doch schon mal dufte läuft schon einigermaßen läuft das ich hoffe der Bunker wird dementsprechend nice ich weiß ist einiges zu tun hier aber wir werden jetzt auch wieder rausgehen dumm 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 so da haben wir dann schon mal angefangen weiter nach unten zu bauen äh da ist die Leiter ja so gehen wir mal hoch unser Kollege muss essen und trinken trinken haben wir sowieso nicht mehr so viel die Steine baller ich mal hier rein was haben wir denn hier noch am brennen gar nichts ey jetzt soll ein Mieschen dass hier nichts mehr brennt willst du mich veräppeln oder was ich mach mal die Kohle da auf den scheiß Block drauf schmeißen unter den Eisen ey hier weiter lass dich das flucken hier guck mal wie viel Lehm das 13.000 und 8.000 Eisen nicht schlecht ja da müssen wir auch noch zu basteln mhm 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 Pflastersteine lass ich mal mit die Nägel können wir erstmal hier reinpacken genauso wie den Sand äh repariert aber auch nicht gut komm zerlegen äh zerlegen da haben wir auch nochmal zerlegen machen wir uns neues Werkzeug dafür schon mal separat klar ja die Tür wollte ich unten eigentlich einbauen das hab ich jetzt auch schon wieder vergessen deswegen ich lass jetzt erstmal noch mit das kann aber raus genauso wie die Fackel und das ist Blei genau das kann auch dementsprechend auch schon mal nochmal raus äh was wollen wir denn da mal fertig machen wir brauchen jetzt noch ein Werkzeug einmal die Stahl die stehlernde Feueraxt Stahlschaufel Spitzhacke so das kann er jetzt so fertig machen und dann würde ich sagen machen wir uns auf dem Weg at home nein irgendwie draußen spazieren ich tue aber die Aufbewahrungskisten auch schon mal erstmal hier rein ja das darf ich auch nicht vergessen essen trinken essen trinken hier haben wir trinken oder Glaskrübe äh Flasche Wasser auch nur noch eine es sieht echt ganz richtig mies aus hier haben wir zwar noch drei aber so erstmal wo 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 da hätten wir jetzt noch eine ui was ist denn so eine dicke Mahlzeit mit Ei das bringt richtig viel richtig 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 Power so das kann man erstmal hier reinstellen und werden wir das dann separat aufteilen so wo in Bezirken Fleisch jetzt noch das nur noch das ungebratene Fleisch hier nicht noch was gebäckelt haben wir hier noch irgendwie Ei also mit mit dem Ei hat das richtig gescheppert was mit dem Honig macht er es mit Honig okay es war Bier egal äh nö 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 aber Eier haben wir nicht gut so wo ist denn unser Feuerwerk hier ja das solltest du nicht machen so mach mal fünf jetzt können wir uns ja aufbewahren falls wir noch irgendwie ein Ei finden dann können wir noch mal was dickes fertig machen nö 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 ich weiß nicht ob zwei reichen ich gehe mal davon aus drei werden definitiv reichen um uns wieder auf 100 zu schmieren so packen wir das mal wieder da rein und ausschalten so sollten wir da mal was von dem Backfisch essen das gibt uns Leben nicht jo pass 14 gibt uns das nicht schlecht da ist alles schon so vollgeballert ne so den Rest den wir dabei haben den können wir äh eigentlich auch mal mit auf Tour nehmen er drop okay der ist da hinten irgendwo den Osten ja ein ganzes Stück ist das schon Nordosten ist er Nordosten jetzt die Tür richtig jup 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 so ab geht's Richtung Nord East Nordosten vielleicht finden wir da ja was schönes drin hier Water oder so oder unterwegs vielleicht finden wir da zufällig einen Brunnen oder irgendwas schönes wo wir eventuell Wasser von bekommen so das tue ich mal hier na die hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen so aber hier machen wir erstmal ein kleines Kätzchen wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Let's Play 70